Willkommen zurück in Midgard, ein Herrjahr. Ich bin er, die Heldin der ersten Welle von Valhalla. Die Götter haben mich vorausgeschickt, damit die Verstärkung für alles bevorstehende bereit ist. Willst du wissen, was passieren wird? Ja, willst du? Nein. Ragnarök rückt näher. Ich weiß, unglaublich, oder? Monströse Bosse aller Formen und Größen versuchen, Midgard zu erobern. Und es liegt an uns, sie zurück in die Welt zu befördern, aus der sie gekrochen sind. Deine Quests entspringen den Stein hinter mir und zeigen, wen du besiegen musst. Komm nach jedem Sieg zu mir zurück, um göttliche Belohnung zu erhalten. Aber bevor du gehst, Unsterblichkeit bedeutet nicht Unbesiegbarkeit, also rüstet sich besser aus. Du brauchst deine Universalschmiede. Eine wundersame kleine, zwergische Erfindung, mit der du im Handumdrehen Stationen erstellen kannst. Du kannst sie über das Baumenü aufrufen und sie überall einsetzen. Damit lässt sich sogar deine Ausrüstung reparieren. Du solltest dich auf den Weg machen, denn Ragnarök verhindert sich nicht von selbst. Sammle Materialien, Baustationen, errichte ein Dorf, jage Jötner und, um Odins Willen, fertige ein paar Kleider an, weil Hala hat dir nicht gut getan. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu dritt bei Tribes of Midgard. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Moin. So, und wie wir gerade erfahren haben, müssen wir auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen Kleidung besorgen. Aber vorher trete ich den normalen Arsch. Jawoll. Schnellreiseschrei. Axel, brauchst du also Heilung? So. Hier hinten könnte man schon mal Bäume abbauen, hätten wir Werkzeug. Also wir haben den Universalschmiede. Aua. Aua. Vielleicht solltest du nicht unbedingt nackig zu Feinden drin. Ich renne da hier gar nicht nackig und nicht mal wo es lang geht. Wir haben da noch gar nicht angefangen hier. Wir müssen hier hinten. So, Universalschmiede. Brauchst nicht vorlesen, sonst wäre Noah so kurz um hier. Oh. Mach ich schon jetzt. Ah, okay, okay. Helfer. So. Herstellen. Kann ich die mal hinstellen? Ach. Ja. Ja. Hab ich. Ja. Ob die Bauten hierher? Unten am Baum sehe ich euch auf der Karte. Auf der Karte. So. Wollen wir hier erstmal gucken. Im Bett kann ich herstellen. Lagerfeuer. Portal. Schreien. Aha. Aha. Ui. Uh, ein Bootsanlieger. Schön. Nicht genügend Materialien. Hm. So, mit Gehreparieren, da haben wir natürlich nichts. Soll das auch anders sein. Was baut man als erstes? Na, sagen wir erstmal Gegenstände. Ja, ich hab dabei auch meine Schmiede wieder abgebaut, weil... Ja, die kannst du immer wieder teleportieren. Ich glaub, die verschwindet dann, wenn du die wieder hinsetzt. Ja, trotzdem. Okay. Wird Feeling. Ja, eben, eben. Also, was sind das für Punkte, die auf der Karte hier oben? Ich glaub, das ist ein Lagerfeuer auf der Karte. Hier hast'n Gegner. Haha. Umgeboxt. So, also, Gegner zu bekämpfen scheint ohne Waffen nie so stark erfolgreich zu sein, muss ich sagen. Ich hab auch grad den geklagt. Ich hab auch grad den umgeprügelt. Ich hab grad grad ziemlich viel gehalten. Das sah so aus, als wenn ich einen Kampf gegen den einfach die Hälfte meines Lebens verliere. Ja. 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 Ich hab' die Eios-Smasherin, die hilft. Oh, Junge, Alter, alles auf die Locker, dann kriegen wir Loot. Naja. Haha. Junge, was ist das denn für'n Outpost? Okay, ich bring' welche mit. Ich hab' den gut gesnackt. Haha. Was? Nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber gab's da immer ran. Ich hab' den Sack. Ja. Muss auch mal sein morgen. Versteh' ich, fühl' ich auch. So. Eigentlich brauchen wir jetzt als... Wo wir mal richten? Mal's gleich hier richten, alles? Ich würd' jetzt hier aus für den Fahrtmann freude hochfahrt durchmachen. Naja, klar, aber bei mir steht halt, ähm, bändige irgendwas, Umwetter im Tümpel-Land, um ein Boot herzustellen. Aber vorher müssten wir ja erst mal genau sowas und da bräuchten wir halt nicht... Jetzt müssen wir halt nicht alle einzeln bauen, ne? Wo hast du denn Zweige gefunden? Das ist verrat' ich. Verrat' ich ohne. Ich geb' dir aber heimlich nen Tipp. Wow. Also, ob ich... Ich bin so krank, ich nehm' die Bäume auf eins auseinander. Dann habt ihr anscheinend alle Zweige hier mitgenommen, äh, in der Umgebung. Es waren echt nicht viele. Was? Nein. Na, doch, ich glaub' schon. Nein. Ich bin Level aufgestiegen, ne? Hör' ich ja nicht an. Hör' ich ja nicht prahlen. Und zwar schön dein ungezügeltes Vorteil. Das ist echt so, oder? Die haben mir was für'n Segensmenü erzählt. Aber ich glaub's einfach, dass es gibt. Ja. Faszinist. Oh, ich hab' Zeiger gefunden. Oh, ich hab' Zeiger gefunden. Oh, ich hab' Zeiger gefunden. Max, komm' mal nach Süden runter. Sei' doch nie mit denen. Warum? Ich hab' doch schon Zweige. Entschuldigung. Und jetzt wirst du angegriffen. Jetzt wirst du angegriffen, weil du'n hilfst. Oh, ist reichhaltig wohl nur. So, hier braucht man nix mehr. Also, ich nicht mehr. Ähm, was haben wir noch? Mahlzeiten, Kessel und Waffenofen. Das klingt doch nach. Ich darf, wir brauchen mal Eisen. Dann müssen wir mal Eisen finden. Hey, 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 hey. Hat man hier Hunger, oder wieso Malzzeiten? Einmal Eisen hab' ich für mich. Max, wie viel hast du? Wir müssen es nur einmal kaufen. Wir brauchen drei. Ich hab' vier. Okay, gut, dann kann ich hier bauen. Falls du's bauen möchtest. Ja, okay. Möchte ich zunächst zwingen. So, was soll ich? Mahlzeiten, Kessel? Ähm, Waffenofen hab' ich jetzt gedacht. Waffenofen. Dass wir den als nächstes brauchen. Hast du also gedacht? Eine mobile Station? Heißt das, wir haben die jetzt auch immer mit, wenn wir die einmal hergestellt haben? Könnt ihr die grad bauen? Ja. Ich klippe grad in hier. Aber ich bin nur noch am Sachen sammeln. Achso, am Sachen sammeln also. Ja, ja. Natürlich, natürlich. Was sammelst du denn? Bisschen hiervon, bisschen davon. Bisschen hiervon, bisschen davon. Weiß schon. Äh, Eisen. Vier Eisen für ein einfaches Schwert. Ah, Tümpel, dann sieht wirklich nicht nett aus hier. Oh mein Gott, ich hab'n Drachen. Hilfe! Ich, ich, wir drücken, wir treten den. Alles klar, alles klar. Keine Sorge, ich bring' ihn mit. Gut, gut. Ich wollt' ihn euch mal zeigen. Ah, Gott. Der ist ja weiter rechts. Warte, den, den, den hier verflugen wir mal. Ach, die droppen nur Seelen, die Viecher. Nö, auch ab und zu Loot. Ich glaub' der blaue Baum unterhalb von unserem Startpoint heilt sich. Kann das sein? Ah, ein Blizzard. Erinnert mich an so'n Monster Hunter viel. Das eine. Ja, ja. Das muss ja jetzt ein Leviathan. Actually, ein Leviathan hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon an den gedacht, der im Sumpfgebiet ist. Max, hast du schon ne Waffe? Ja. Willst du mal mit, mit dir hochkommen ins gefährlichere Gebiet? In der Sumpf-Things meinst du? Mh, 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 könnten wir auch machen. Aber hier oben hat mich anfangs der Typ gewarnt. Mein Begleiter und hat gesagt, dass es hier auch zu gefährlich ist für uns noch. Mh, naja Gott, jetzt haben wir ja aber ne Waffe. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist. Oh ja. Ich glaube, es ist jetzt anders, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, die Brüche schon. Der will mal mit mir sprechen. Der Moop ist schon krass. Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Oh mein Gott, das ist ne Bombe. Äh, kann mich jemand aufheben? Ähm, ja. Du liebst wiederbeleben, aber du hast bei mir noch ne Abheber. Noch ne ordentliche. So. Wollen wir mal gucken, was in der Kiste ist? Öffnen. Oh, hier kommt was. Hat der die Bombe getroppt? Ne, ne, die Bombe lag. Ich dachte, das wäre irgendwas. Das fiel, okay, das fiel, okay. Ich lenke den ab. Naja. Ich probier's zumindest. Oh Gott. Max, wer ist hier? Ignorier den. Wenn möglich. Oh, der macht mich down. Max, rette mich. Ja, guck mal für mich. I'm bleeding. Reck mich schnell auf, ich bin fast tot. Die, 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 die... Ah. Nice. Hast du das mitgenommen hier? Den Inhalt? Ja. Aber jetzt noch was für mich gedroppt? Was ist das? Feiler? Das kann sein. Und ne kasse Keuler. Krasse Keuler. Warte, ich habe ne andere Waffen bekommen hier. Ey, die hab ich doch gerade ausgerüstet, aber warum kämpfe ich? Äh, das ist das optische, was wir im Menü auswählen, weißt du? Ah, ja, okay. Soll ich vielleicht wegmachen? Kann ich das noch wegmachen? Ah, Erik! Geht! Hey! Hey! Da kommt jemand auf dich zu! Ah, die Heldenfiecher! Ach, ich mach mal, kann hier runter? Ah! Oh Gott, ich helf dir erstmal, weil ich was drückt bin. Ich glaub, ich hätte Erik helfen sollen. Alles gut. Ich geh das Wort los. Tschöön! Was hatte ich genockt? Ah, rechts vorne ist noch welche. Wir könnten uns hier cover, ja, lass mal zurückgehen. Ah, ich kann das nicht machen, ist auf Kuda. Auf T könnt ihr euch zurück teleportieren. Ähm. Waren die Nacht gebleibt? Was? Waren jetzt, kamen jetzt diese Viecher nur nachts oder so? Ja, ja, diese, das sind auch wirklich hellen Viecher. Okay. Ähm. Ob wir uns hinten irgendwo heilen können? Ähm, das kennen wir bei Yggdrasil, bei unserem Lager. Ach so, wir haben den kleinen Baum Yggdrasil genannt? Okay. Das ist ein Lebensbaum, deswegen hab ich ihn jetzt einfach Yggdrasil genannt. Ja, das ist, das ist, das ist Klopo so im Spiel. Der wird Klopo so im Spiel genannt. Der hat mich aber nur, ein bisschen. Ach so, die Wellen. Was ist das? Ah, Hohensaft. Dann lass mal den Sumpf weiter. Hier ist noch was. So. Ah, ne, jetzt sind die nicht. Ne. Wir haben von Feuerstein vorkommen, hier ist auch wieder einiges. Eisen, schön. Silber. Da, wichtig, wichtig. Und wichtig, das ist nichts. Für mich verbeid, das ist ein kleines. Oh, hier vorne ist ein großes Feuer, davor hab ich Angst. Ah, Silber, nice. Ich weiß nicht auf wie. Ah, Schlange. Ich, 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 ah, packst du. Ah, ne. Jetzt ist es bei mir. Oh, die könnte man. Denk, spiel mit deinen, ähm. Dash. Ah. Oh, scheiße. ja aber jetzt bei den treasure packt er nicht ja aber den kann man gut kaiten also wir kämpfen gerade gegen die Echse die Wirker-Szenen hatten oder was genau hier oben ist ein großes camp wollen wir da mal vorbeigucken hier kommt noch mal ich wäre auch in der Nähe gerade kämpfen wir noch gegen so ein Vieh das kam wieder runter vielleicht sind dann mehrere aber weil ihr beide Schwert habt ihr habt schon gesehen wenn ihr bei der Waffenschmiede so gesehen seid dass ihr oben verschiedene Reiter auswählen könnt weil die Waffen gegliedert sind du hast da Schwert, Axt, Bogen, Hammer aber das habe ich nicht gesehen naja ich bedanke dir so ich bin am großen Camp gehen ich wäre auch da ich bin fast tot wären wir ready jetzt da wie das Vieh wecker warte mal ich habe hier oben gerade noch mal so eine kleine Gegner vor da ja ich tatsächlich auch aber ich weiß nicht ob beide Leviathan von da kommen ob das vielleicht schon die Viecher waren in dem Fall gehen wir erstmal ähm uns heilen oh die kommen aber trotzdem noch zu uns machen die unsere Sachen kaputt die wir errichtet haben das kann möglich sein aber zur Not lockt die einfach zur Eier ja machen sie einfach Benzin nehm die mit Jungs 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 tja guck mal was ich schnell für Schaden gedrückt hab ok mein Waxel du bist Low AP drin und komm's raus ja wirklich du bist Low AP drin und gehst wieder raus mit Full AP mit Leverpiss hast du es einfach gewusst hast du es einfach gewusst Gott was ist das boah ein fetter Troll was ist nicht hier ich zeig dir Erz auf der Karte an also bei mir ist ein fetter Troll ok der ist aber oberhalb also dort hoch komm ich nie das ist aber auch anscheinend eine Arena also das ist ein großer Gegner ja ja das ist ein großer Gegner also der zerlegt hier gerade alles und ich sammle bloß die Sachen auf ging nach dem Plan wir sind dann kommt glaube ich hier drüben hoch ja ja genau hier kommt man hoch aber es ist noch zu also wir sind noch zu schwach hm da sollen wir noch nie hin ich hab ja auch grad auf der Karte so ne so ne also insel also so ne Erhöhung da so ein Berg gefunden ähm der war mit Erzen markiert aber irgendwie konnte ich da nicht hoch also war auch ganz klein also da war auch nichts Thema ähm mit einer dieser kleinen Brücken oder so ich stell ich hab einen Geberstand mal gemacht ähm hast du Stein noch dass du den Bergbaustand machen kannst leisen hätte ich den machst du hier am Holzfällerstand ne ist er das andere habe ich schon ne wir finden Steine das wäre ich Stück ah ok 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 hast du Steine? das habe ich vielleicht dann ähm Stein oder? Erz los gibs mir Stein ich hab genau zwei mal ah gibs mir da hast du selber wieder aufgenommen ne hast du hab ich? ah ne hast du? ok so Bergbaustand mach den bitte nicht einfach in die Mitte doch ich mach den genau in die Mitte nicht richtig so Gerbaustand wurde überhaupt nicht den Gerbaustand gefunden los ah der ist ja ich war grad so mein ich 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 war grad so vertieft in meinen Kampf dass ich das gar nicht mitbekommen habe also hier kann man aus Felgarn herstellen wir haben quasi einfach so also wir können jetzt aus Eisen Erz herstellen und aus Erz Eisen und hier kann man auch behauenen Stein herstellen jawohl weil Feuerstein hab ich jetzt keine Verwendung gefunden dann stell ich das mal her Stein 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 genau aus Feuerstein Stein was brauchen wir zum aufwerten muss wir den aufwerten? Stein äh für behauenen Stein den brauchen wir um was anderes aufzuwerten das weiß ich noch aber ich weiß nicht mehr was aber müssen wir ja nie sofort machen ja da guck ich mal was das war wir brauchen Garn also Fell brauchen wir ach keine Ahnung Gerberstand was kann man da Pels, Leder, Fell, Garn naja Garn kann ich herstellen oh und den Garn haben wir gebraucht um hier die Schmiededings zu machen um die ja wie viel wie viel brauchen wir da? 2 warte 5 5 okay ich kann ich kann 1 machen haben wir Bootsanleger haben wir nicht brauchen wir noch nicht müssen wir erst den Prolog anredigen jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den ähm Rüstungslebstuhl oder? sonst haben wir sonst alles hier von unserem Standardwerk also man kann einen auch abkühlen ne wenn die Temperatur zu stahl wird was okay du kannst auch durch Mahlzeiten oder Tränke deine Temperatur regulieren hm für für was aufwerten brauchten wir Garn ähm das brauchten wir um hier musst du dann ja an die an die Universalschmiede gehen ähm für den Rüstungslebstuhl ah wissen wir wo wir Fell leer bekommen haben? Tira ich hatte halt vorhin zwei Wildschweine geklatscht ach ach das ist jetzt vorhin ein Übersetzungsfehler weil da steht jetzt nicht Fell sondern Pilz ah ne ne Fell kriegen wir von Wölfen Fels ist was anderes es gibt Fell und Pelz ähm ne Fuchs Polarfuchs Ase Wölfe von Hasen kriegt man was? äh ein Fan gut dann schlachte ich paar Hasen Gott was ist das denn Werwolf alter ich hab nen Werwolf ich probier's dir zu kommen bist du gerade da hochgegangen in die neue Ebene? ja ja ist schon tot ok hier kommen aber auch die Nachtviecher ne ja Garn da sechs Fälle für ein Garn wir haben hier auch noch ein Schild ja habt ihr das jemals benutzt zum Verteidiger? ja ja ich Sperr und Bogen spiele ist das relativ schwierig so aber ich würd sagen das ist für die erste Folge erstmal genug würde ich auch sagen ein bisschen sind wir ja schon gut vorangekommen wir haben hier ein äh kleines ja Lager will ich es mal nicht direkt nennen Ansammlung von äh ja Werkstätten genau eine Ansammlung von Werkstätten direkt hier in der Nähe von Iktrasil aber nicht direkt da dran aber ja wollen wir doch mal schauen was wir dann in der nächsten Folge hier noch weiter rausfinden oder? wie ist der Stand? wie oft seid ihr gestorben? äh ich gestorben? fünfmal? keinmal? okay ich bin glaub zweimal also momentan noch Eric einsamer Spitzenreiter er hat aber auch nicht die Dinger gebaut ne dass er die ganze Zeit unterwegs gegangen ist ja auf jeden Fall also Eric ist auf jeden Fall die ganze Zeit rumgerannt also 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 ich bringe uns auf jeden Fall auch gleich Amethysten und so auch damit wir mit einem Schildhaut und dann ähm verstärken können sehr schön dann geht das richtig schön los mit der neuen Ausrüstung aber das seht ihr alles in der nächsten Folge genau also bleibt dran schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin ciao ich werde mit bleiben ciao cool und dann go lab